der dies richtig scheiße macht das Ding ist ich hab kein Geld an es gab die dritte die dritte Challenge oder die zweite ich weiß nicht also die zweite Challenge er wurde als eine vor der feiner das sind zwei das ist ein Team ja genau das ist ein TNT oder sowas dann lass es darunter trocken wenn du es hast aber auch Feuer S1 einer ist rein und das Team ist unter dem ja okay der ist tot das ist eben das Team daneben kann es keiner von denen nehmen ich kann nicht mehr Sprinten mach einfach so ich hab es macht doch keinen Spaß die Med-Taktik die Med-Taktik oh zählt das als Challenge bestanden? ja ich würde schon sagen doch doch nice Digga Hashtag Kai ja oh man okay neue Runde Bitzja Taktik oh leute Taktik 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 hallo leute und herzlich willkommen zu einer ganz normalen survival games runde auf survival m7 mit dem Simon hallo der fünftausendste aufnahmeversuch versuch deswegen auch nur eine normale runde weil eigentlich challenges machen aber ihr wisst ja ich bin scheiße und simon kann nichts ohne sein pingen und deswegen haben wir jeden und war ich habe mich an jedem ich habe jetzt wir haben nicht abzuwärts hinlaufen ich hab schon drei ich hab schon ab schon drei kills ich will auch ein runter danke krieg hat einen vierten kill okay ich jetzt auch in richtung geto weil da alle leute hingehen die ich unkel vielleicht mich jetzt einfach an jedem simon 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 fünf punkte bist du stolz ja okay fünf tag der vierte kill und der kill kommt gleich das muss ich wieder am eskalieren wir weisen anspricht anzielt mit dem fly hacker denken müssen ich wieder und für das todes wird sich nach ich hab dich noch nie so richtig klar ich will ich mal so richtig ausrasten erleben ich höre ich glaube ich sowieso nicht weil meine mutter zuhause ist dann für die gleiche hoch gemacht simon spieler die schlau um die kraft sollte ich wieder hoch pushen weil sie mir meine mutter wo man es geht meine mutter boostet mich immer ein bisschen wissen er hatte ein 28 klar das ist eine modi ja genau und die mutterteam mit den anderen müttern keine ahnung das hat angefangen glaube ich ich bin ja nicht sicher meister natürlich wenn du brauchst nein du hast angefangen lüge lüge das gibt eine rübe rüge was ist das respekt schelle respekt schelle kriegst du wie willst du das schaffen äh digga internet oh gott das land der umgekehrs erste team wieder ja gut das erste team der einen hat ein eisenschwert scheiße du stirbst jetzt nicht das ist jemand weh du stirbst dann töd ich dich er hackt nein doch nicht bojo guck mal ich vermute das wort okay ein hab ich er ist auch hechte karte 13 monthly points monthly points und das und am sechsten also am sechsten dezember sechsten ey oh man ich verkackiere schon wieder die ganze zeit der typ ist am sneaken ich bin am sneaken und es passiert nichts er denkt auch er kann mich abschießen ich hab den ich hab zu nein nein erik nein er ist noch jemand ich bin richtig hol unterwegs gerade krass der denkt auch er kann mich von keiner ahnung wo treffen ich will die ganze zeit eine pfeile hinter mir einschlagen ich will auch mal ein schwert schnell hier ein schwert hier läuft bei dir wo bist denn du äh am spawnen fast ich hab noch kein brustbein das ist scheiße ich hab einen eisenhörn für dich kann man auch spawnen ich bin einfach auf die herzen das ist dann dass die aufnahme wäre jetzt einfach nur pep ne ist natürlich nicht mehr an das ist schlimm aber das ist so eklig mir wird immer richtig schlecht mir ist jetzt schon schlecht glaub ich kurzgleich das glaube ich es würde aufnahmeeignen noch besser machen ja man das ja eigentlich ist auch wenig wenigstens mal was interessant ist okay und das bist du am spawnen möglich der mädchen aber du mit dem komischen so haben wir sonst können willst du irgendwie mal so da bitte ja gut ja den hab ich gebraucht ich mein Digga mir wird grad echt schlecht scheiße okay ähm ja was machen wir jetzt lass mich jetzt mal gleich von dem hacker töten da hinten ist er noch ne der palästination ne gar keiner hast du dir Gras genommen ja ich hab Gras genommen ne vielleicht bei dir ähm ich hab da eben ja hinten welche gesehen bei highhouse und so wo wir dahin ja lass mal machen oder kommt einer angeflogen äh er hat er hat da runter gefallen jetzt nichts ja ist er das war der schlecht das war auch nicht schlecht ne ich geh mal zum highhouse da muss naja ich komme auch ich kriege mich schon fühlt sich richtig gut an und da ist alle Rüstung die ganze Rüstung anziehen die man bekommt das ist richtig krass ne im Gegensatz zu den ganzen scheiß Challenges die wir haben aber echt so ja es tut mir übrigens leid ist jetzt also ich hab eigentlich gesagt 5 wie so lange Challenge aber Erik lügt immer weil ich bin am Lügen ey ich schätze die dir jetzt nicht die Tür hat mich mal aus Hashtag Reif ooooh er dachte auch er spielt Heiden Sieg der hat sich in seinem Bauch versteckt tja oh da ist ja noch jemand ich bin mir jetzt erst auf hilft die Eisenhose doch keiner im Highhouse gut geht das richtig schlecht doch 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 das ist diese Premium Golden ne der hat sich jetzt gerade gerade Toggle Rank gemacht unterstrich äh Golden Golden Crocodile ok ja ja den hab ich eben auch gesehen ey da dann Eisig hat nice wo bist denn du? ah du Zweihaus ne? ich treffe erstmal ich treffe erstmal richtig gut mit meinem Bogen voll cool und so nice Simon ich bin stolz auf dich das ist sehr schön gemacht ja Simon ist übrigens der krasseste Pink Player mit ihm spielen macht keinen Spaß ja und jetzt nein Erik bitte jetzt mach ich die Cap nee Erik ok ok jetzt gibt es Schläge alter 500 Punkte GG ja wahrscheinlich nein 24 ja ich wollte dich nur ein bisschen ärgern da 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 das bräuchte ich ja ich war dich ja das brauchte ich doch bloß werd ich einfach werd ich dich einfach backstappen ok ja tröste ich eh nicht keine Nuggets in der Eisenhose ok vielleicht doch Spasti alter das hab ich selbst aber abgeschossen oh god Simon ist einfach zu lieb der kann dich backstappen das geht einfach nicht mhm ok er renne dich weiter komm her komm her Erik danke für den Pfeil töt' ich jetzt ja 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 krass ich eh nicht weißt du erstmal verschießen fast runtergefallen schon wieder fast runtergefallen mit Spaß na einmal fast runtergefallen oh shit na gut oh shit das ist ein Mann ich dachte wir sind Freunde das ist ein Mann das ist ein Mann buddy join your channel oh das ist auch ein neues YouTube Mongo das ist eh passiv das ist eh passiv nicht aufnehmen ach man wir nehmen auf das ist schon ein Spasti nein doch ich bin jetzt mit dabei Captain Erik macht sub for sub ja und was dagegen trotzdem was ab sagst du aber echt ich wollte es ich wollte es dir schnell sagen ok Simon man wie komm ich jetzt wieder hoch hoch weiß nicht buddy disconnected from your channel da passiv der behinderte ich soll du lässt einfach bis dahinten ja ich hab keine Ahnung wann die wieder hochkommt Digga wenn ich jetzt runterfalle das ist alles deine Schuld doch doch dein ich hab einen Leiter ach ist das schön ja man geh weg ok Simon wir machen jetzt hier un-expected un-expected ok ok es kaputt es geht nicht Simon macht was ich hab mich selber geangelt ich hab mich selber geangelt woaaah an beach an beach ok Strandparty habe ich gehört ich bring Kuchen mit ich war am Kuchen bei einer Strandparty das wäre richtig Kuchen ja hm 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 er denkt auch richtig auf un-expected aber auch jetzt der jetzt der tschüss ich habe 26 teile ich werde dich da runterkriegen irgendwie mann ich habe recht du lagst ja ich lag ganz sicher ich weiß wie schlecht ich bin aber sorry ja du lagst ernsthaft oder ich lag keine ahnung ich bin doch vier herzen ne will ich auch erik ich kann jetzt wirklich also wirklich wirklich fast ja alles ein mann ja cool auf ins deathmatch alter man ich bin low ich töte hier echt ne ja 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 größte große töne nichts dahinter ne gar nicht mehr große töne nichts dahinter was sagt der schwebe der schwabe schwebe ich sag's dir lern deutsch ich werde die folge einfach so nennen große töne nichts dahinter ja mach halt das ist richtig der geile titel ich bin auch kein schwebe ne eigentlich welche bei habe recht ohne nummer schwebe das rumgezogen ja wollte ich kurz sagen das ist immer ein wachstum ja seine kinder der zählen was ist geschichte aus meiner kindheit ja gut ich gehe auf hennig der hennig typischer name in norddeutschland pass auf der hat einen kuchen der hat einen kuchen robert hat einen kuchen pass auf sie mann der kuchen kuchen ab direkt jetzt das war doch kein spaß mehr ich will auch mal wegen haben das team playmate ja mann pass auf jetzt mache ich ein 360 alter ich bin auf 15 ich treffe nicht ich treffe einfach echt das ist mir aber der ist ja schon tot fällt mir jetzt erst auf schuldigung ich wollte nicht backstappen nein du das nicht nein ach schwarz also machen wir für ein fight oder erzählen wir jetzt kinderzgeschichten kinderzgeschichten sind schon was ne nein äh goldschert holzschert steinschert steinschert äh holzachs ok jetzt machen wir jetzt ziehen wir die challenger durch ok hier ok backstapp nein da ne jetzt ziehen wir die baby backen die wir so oft gefällt haben durch es ist ein axt ganz weil ja ja nehmt deine deine hose und die niederhose ich bin ein bayer ne brauche ich ja niederhose ok äh nur angelund ok was loslegen warte krass halb ist jetzt acht für acht scheiße ok oh junge alter ja oh ich habe mitbekommen den du nicht bekommen hast ich bin jetzt mal so wirst du wirst du keine ahnung aber aus der herzen wirst du hallo ich hab doch grad da seht ihr es macht keinen spaß mit simon zu spielen ok also es macht einfach keinen spaß mit diesem pink player zu spielen jetzt hat eric hat eric endlich beweise ich hack ja man ach jungs wie ähm ja mein bauch tut immer noch weh na egal ich hoffe euch hat das video soweit gefallen ich hoffe ihr entschuldigt es dass das jetzt richtig so richtig behindert war das lag auf jeden fall an simon nächstes mal wieder ja klar wieder äh normal und nicht so ganz down syndrom mäßig ähm ja und das sonst würde ich sagen simon du weißt was zu tun ist ja ich habe auch schon was überlegt außensweise ok da wird ja so viele versuche hatten eigentlich nicht so inbekommen haben würde ich sagen Hashtag unplayable unspielbar heftig der hat wieder was gelernt ja echt total englisch unterricht mit das ist einfach was ganz ganz neu so fein ja Hashtag unplayable ja genau was ganz weiß wenn ihr gesehen geschaut habt Hashtag unplayable ansonsten hoffe ich dass euch das video soweit gefallen hat und schöne grüße an Passi den kleinen störenfried der nicht lesen kann das Aufnahme ja was Aufnahme Aufnahme heißt und ja ich würde sagen bis zum nächsten Mal rein und ciao ciao und Bis zum nächsten Mal.